Alli, hallo, hier ist der Guzua und wir haben schon einige Leutchen am Start. Ich glaube jetzt fünf oder sechs Leute und ich denke mal, das wird eine richtig geile Nummer. Agario wird gerockt und jetzt will Facebook mich bumsen, wollen wir natürlich nicht. Visiacs, wo bist du? Ich bin unten rechts in der Ecke und werde gleich richtig fett, wenn es so läuft, wie es laufen soll. Ja klar, weil ich dich wieder schön gefeedet habe. Ja, wie gesagt, also Sinn und Zweck. NiklasDG, sehr gut, sehr gut. Ja, läuft einwandfrei. Wie gesagt, mit Teamspeak läuft auch. Genau, komm runter, Niklas. Ja, ich komm mit. Das ist natürlich schon um einiges einfacher, wenn man hier jetzt wirklich fünf Leute. King Mario, schade, der hat mich leider... Oh, fuck. Also wo seid ihr jetzt gerade? Ne, ich denke nach unten rechts oder was? Ja, da ist bloß so ein richtig fetter Blauer, weshalb ich so ein bisschen... Ja, ich komm nach unten rechts. Okay. Unten rechts, ja genau. Dann sollte das ja eigentlich relativ easy zu machen sein. Da ist noch so fetter. Denkt an die fetten Leute da mit diesen grünen Bällen, dass sie die damit... Ja, dass man die splitten kann. Ja, genau, snipen, snipen. Oh, ja, hier Poland ist wieder sehr dick, oder? Sehr dick unten rechts. Boah, ich muss ja echt aufpassen, hinter mir ist so ein richtig fetter Blauer. Da unten ist Wojak. Wenn ich den kriege, dann kann ich euch alle ein bisschen hochfieden, dass wir die Leute ein bisschen einkästen können. Oh, nee, bitte. Oh, gut. Ich find die untere rechte Ecke nicht. Unten rechte, unten rechts. Ja, also ich... Musst du einfach nur einfach in die untere rechte Ecke von deinem Bildschirm fliegen. Wo seid ihr gerade? Unten rechts, wir fliegen gerade nach unten rechts. Ah, boah, boah, boah. Mia. Oh, krass. So, also weiter unten rechts. Oh, da ist Poland. Ich hab keinen Bock, dass du mich jetzt bist. Ja, genau, genau. Genau, Poland war schon... Oder nee, 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 Latvia oder so. Aber Poland war schon richtig dick im Spiel. Ich bin jetzt unten zumindest schon mal. Jetzt geh ich noch nach rechts. Ich bin auch relativ weit unten. Ich muss halt nur so richtig gucken. Weil ich eine bestimmte Größe... Wie groß bist du mittlerweile? Ich bin nicht so groß, weil ich halt... Okay, ich bin jetzt unten rechts auf jeden Fall. Ich muss halt jetzt nur aufpassen, weil ich halt jetzt wieder in der Ecke bin. Ja. Ich bin auch unten rechts in der Ecke. Ja, ja, noch nicht ganz. Ich geh nicht ganz in die Ecke. Das ist sonst zu gefährlich. Ich komm so in die Nähe jetzt gerade. Siehst du Latvita vielleicht oder so? Warte. Ich seh' Au Revoir. Okay, ich bin jetzt gerade... Da ist Apple. Seht ihr Apple oder sowas? Ja, das ist aber... Scheiße. Warte. Ah ja, ich seh' dich. Genau, genau, genau. Niklas, ich seh' dich. Ja. Dann kann man eventuell... ... dir ein bisschen zuspielen. Also unten rechts. Ja, genau. Jetzt kommt Mika. Mika DG kommt auch. Sehr nice auf jeden Fall. Ich komme jetzt auch gerade nach unten rechts. Mach. Ich spiele gern den Köder. Das ist kein Thema. Oh, jetzt wurde gerade eine richtig genascht. Okay, unten rechts. Seid ihr noch unten rechts? Ja, ja, genau. Also unten... Ich bin jetzt richtig unten rechts gewesen gerade. Alle hinter mir sind, Alter. Scheiße. Nein, nein. Bist du Maik? Nee, keiner von uns, Maik. Ihr habt alle DG oder GD hinter... Ah, da ist Maika. Ika, ich bin das... Oh, nein, nein. Oh, nein. Weg. Oh mein Gott. Oh, danke dir. Oh, Leute. Oh, hier ist einer richtig am Arsch. Hier, Emil, Lu... Jetzt geht's ab. Komm, kennst du den? Ja, easy. Gut, so ey, ich bin hier gerade in den Bombi drin. Nee, nee, Niklas geht gerade. Der kam gerade. Dann nicht versuchen zu fitten. Warte, warte. Wenn ich Reddit bekomme, kann ich versuchen, Bombi zu eaten. Niklas geht. Ja, egal. Wir müssen einfach gucken, wenn ich diesen Bombi kriege, dann kann ich mich alle richtig fett rufen. Ich esse noch mal ein bisschen was, dann gebe ich dir das alles. Ach so, ich sehe gerade. Diziax, du bist schon so riesig, wa? Ja, versuch mich vielleicht... Dann kann ich Bombi... Soll ich in dich reinfliegen? Oh, shit, jetzt wird's hart. Oh, fuck. Wir müssen weg. Da oben ist ein richtig fetter. Diziax, soll ich in dich... Ey, komm, wir fliegen alle in dich rein. Nee, 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 das lohnt sich nicht. Ihr seid alle zu klein, um mich zu groß zu kriegen, dass ich da Pro-Army bekomme. Das wäre zu riskant. Okay. Im Endeffekt, vielleicht frisst der uns dann alle und dann wäre alles im Anus. Das läuft doch aber... Ja, genau, wir sehen uns doch schon mal. Ist doch nice. Weil ich kann mich im Endeffekt jetzt auch so ein bisschen protecten. Genau. Ich kann zumindest versuchen, weil... Ihr haut dann einfach hinter mich ab, ganz entspannt, wenn da irgend so einer kommt. Okay, passt da ein bisschen auf. Wir nehmen den Free Pulle. Ja, ja, das ist nicht so einfach, weil der ist natürlich auch schneller als ich. Und da kommt vor allen Dingen dieser Swag-Typi. Sehr geil, auf jeden Fall. Und wie gesagt, sagt... Ja? Das ist nochmal richtig nice hier. Oh, da unten kommt so ein fetter Lila. Oh, shit, Digga, das ist so... Das ist aber so geil. Guck mal, wenn die Leute alle über dich, um dich rumgehen... Oh, 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 shit. Der ist ein bisschen zu fett, oder? Bro-Army, komm, den können wir versuchen zu snipen, Digga, einen von den beiden. Warte mal. Ja, ich... Wobei, der wird das nicht demonstrieren. Oh, ich hab jetzt gerade eingehört, das wollte ich nicht. Ja, ich bin in der Suche reingeschoben. Okay, warte mal. Bro-Army, der Bro-Army ist einfach zu fett. Ja, ich sehe es gerade hier. Bro-Army, genau, genau, schön dazwischen. Ähm... Ey, fliegt weg, der ist nicht so blöd und lässt sich von uns. Ich werde mich gleich mal... Ich muss gleich mal wieder irgendwas eaten. Oh, schade. Schade, schade. Egal, ich... Ich versuche... Ich hole mir jetzt mal hier diesen Snorpair Ojo-Ojo, oder wie auch immer der heißt. Oder ich versuche es zumindest, einfach, weil wir... Weil ich fährt ja die ganze Zeit kleiner, solange ich nichts fresse. Und das bringt ja dann irgendwie auch nichts. Dann gebe ich euch lieber was ab und wir werden alle nicht kleiner sind, aber... Ja, okay. Oh, oh, Bro-Army, shit. Äh, wo seid ihr ungefähr? Jetzt gerade? Also, ich bin hier so mittig irgendwo. Ja, unten, rechts wieder. Okay, ich glaube auch nicht nicht. Also, ich bin rechts, aber fliege gerade in Richtung oben. Okay. So, warte mal. Oh, es geht auf jeden Fall ab, also mit mehreren. Ja, okay. Oh, ich glaube, es wollen noch einige rein. Echt? Okay. Ja. Was würdest du sagen, kriegen wir das hin? Au revoir. Oh mein Gott, komm. Au revoir heißt das. Äh, ja, meine ich ja. Da sind die Skills am Start. Ja, Mann. Ey, wenn ich den bekomme, ich treib den gerade nach unten. Oh, da ist Gusor. Hey, Gusor, was geht ab? Ja, klar. Warte, warte. Wenn ich den bekomme... Nein, 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 da kommt noch dieser andere. Aber du hast ihn gleich in der Ecke. Army Pelo. Aber trotzdem, da kommt Army Pelo. Und selbst wenn ich den fresse, bin ich wahrscheinlich zu klein für Army Pelo. Ja. Nein. Nein, ich hab's gesehen. Ich war dabei. Ich war einfach dabei. Der war minimal... Äh, von rechts unten in der Ecke. Scheiße. Leute, der war minimal größer als dieser, äh, den Typ, den ich auch war, der mich essen wollte. Ja. Und hat dann den gefressen und dann instant mich auf. Wo, 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 wo? Ja. Achso, ja. Nein, nimm das Ding. Wir sind hier. Hey, Gusor, komm mal her. Äh. Alter, schisch. Achso, ja, Jan hat mir gerade was gegeben. Genau, um noch Läufe, ah, schau. Nimm mal alles. Nimm mal alles. Ja, ja, scheiß so. Also, es wollen noch ein paar Leute rein, gell? Ja, auf jeden Fall. Also, scheiß zu laufen, auf jeden Fall. Okay, gut, dann warte mal. Dann kümmere ich mich mal ganz... Ja, genau, genau. Das machst du mal gerade. Genau. Genau. Dann mache ich das, weil ich bin ja eh gerade gestorben. Ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen größer machen hier. Move Agario. So, ich hoffe natürlich, dass jetzt alle auf unseren Server kommen. Das wäre natürlich extrem krass, wenn er dann hier zu siebt oder zu acht... Ja, das ist... Also, alleine schon mit fünf Mann ist schon übel krank. Die Tour des Armi, Alter. Hallo. Hallo. Du bist im Video. So. Nennt sich erst mal Vulture 666, Alter. Vulture heißt in Wirklichkeit, das ist ein Vogel und zwar ein... Warte mal, ein Geier. Ich glaube, Vulture heißt Geier. Danke, danke, danke. Und jetzt könnte ich den Vulture eventuell knicken. So, die anderen zwei... Da waren eben noch zwei andere mit Agario drin. Ja, ja, komm. Die haben aber eben einfach mal gegangen. Läuft bei denen. Also, Leo... Oder Leo, du bist ja jetzt neu, richtig? Ja. Guck mal in den Twitch-Live-Chat. Da müsste eine IP stehen. Agario. Ich glaube, wenn er neu reinkommt, musst du die IP nochmal schicken. Oh. Da kommen immer mehr, Alter. Na, richtig, so richtig, so. Auf jeden Fall geht es jetzt richtig ab. Also, ich habe mittlerweile schon 340 Punkte. Ich sehe den Jan, genau. Das läuft hier bei uns. Ja. Du müsstest jetzt aber, Leo, du müsstest jetzt im Twitch-Live-Chat die neue IP sehen, oder? Die IP. Warte mal, ich tue jetzt einfach die IP hinter meinen Namen. Weißt du, dann kann ich einfach... Ja, ja. ...möcht nicht raus-tämmen. Kann ich einfach schnell... Oh, mein Gott. Geht gerade. Moinsinn. Hinter meinem Namen, für alle, die jetzt neu sind, hinter meinem Namen im TS ist die IP. Gebt ihr einfach in euren Browser ein und kommt da drauf. Der Guzo ist eine fette Kugel. Oh Gott, ich nerve hier gerade den Ben einfach zu Tode. So, also ich bin jetzt hier gerade wieder ein Niemand. Natürlich, weil ich hier mich um die... Ich werde euch jetzt gleich nochmal kurz sagen, wo ich bin. Also, ich bin wieder im unteren Bereich. Momentan unten links. Okay, okay. Ja, ich komme da auch mal wieder hin. Ich wurde ja jetzt gerade eben komplett eliminiert. Und ich sehe aber gerade, dass ihr einer richtig fett ist im unteren linken Bereich. Ein Adam. Für alle, die neu gekommen sind, jetzt ganz kurz sind ja ein paar dazugekommen, hinter meinem Namen, die SEAX übrigens im TS ist, die IP auf die Connected, die einfach wichtig ist, nennt euch bitte Nagari und tut einfach hinter eurem Namen irgendwie GD, GD, damit wir euch erkennen können. Genau. Und ja, dann geht's richtig ab. Wir sind übrigens schon in der Aufnahme, also... Richtig gut, ja. Nein. Guzo, du bist unten links, oder? Ich bin, also ich zumindest relativ weit unten, ja. Ja, äh, und links ist gerade einer, also unten links ist gerade einer, der heißt W, und der ist mega fett. Und, äh, den will ich nicht so ganz... Der ist gelb? Ja, genau, so, so orange, ja. Ja, genau. Jetzt bin ich komplett unten angekommen. Wollen wir unten links treffen? Bei dem bin ich. Oh, Walscher ist gerade richtig übel dick. Ja, unten links irgendwo in der Gegend. Also, wie gesagt, nennt euch DG hinter euren Namen, oder GD ist eigentlich egal. Einfach nur, dass wir euch erkennen. Äh, Guzo, wo bist denn du? Ich such dich gerade. Äh, ich bin immer noch unten, bin jetzt aber so ein bisschen nach... Ja, genau, die sechst du dich. Ah, da, was geht ab, gut. So, jetzt machen wir ein bisschen Fieden. Nee, nee, passt schon. Ich bin jetzt auch schon bei... Guck mal da, guck mal, deinen unteren Teil hier. Siehst du den? Ja. Den eatest du, eatest du jetzt, okay? Kann man noch mal hinter den Namen schreiben? Ja, flieg da hin, flieg, flieg, flieg. D, G oder G, D. Fly, 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 fly. Komm schon. Gete den. Jetzt, gete den. Bitte, bitte, Guzo, komm schon. Ich hab mich jetzt direkt komplett in dich eingeladen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kriegst du das? Nee, 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 wird nichts. Er ist zu schnell. Heast du fast. Bist du da immer noch? Ja. Gut, ich komm mal wieder hin, dann kannst du mich wieder ein bisschen hochfieden. Give me my glibble back. Ah, das stimmt, der Guzoa-Fan ist gerade hinter mir. Nein, nicht, Alter. Okay. Ich fahr zurück, weil ich so ein Wege von Wwe ge-eated. Oh, scheiße, Alter, ist der groß. Der ist richtig, das ist ein richtiger Ball. Was ist los, Alter? Warte, warte, ich komm, ich komm. Nein! Wollt ihr nicht? Nein. Oh, mein Gott, nein. Oh, jetzt haben sie Angst vor sich selber. Geil, sehr geil. Nämlich, jetzt hat W, W wollte mich killen und jetzt ist der andere gekommen und yeah. Oh, shit. Seid ihr immer noch in der Ecke? Ja, 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 links unten. Ich bin jetzt komplett in der Ecke, ich versuche euch mal zu finden. Ich sehe Bojak, Jimmy. Ja, ich sehe dich, die sagt, ja, genau. Ja, nice, nice, nice. So auf jeden Fall. Jimmy Jim nehme ich. Jimmy Jim. Komm her, komm her, herrst mich. Was? Oh, danke dir. Okay. Aber Leute, ihr müsst euch, tötet euch jetzt nicht die ganze Zeit. Spielt lieber selber mit dir, gell? Bin Gott bei dir. Ja, egal. 60. Hier, jetzt kicken wir die 8. Die 8. Die 8, die 8. Oh, Gianni. Gianni, jetzt geht's ab. Komm schon. Ja, läuft. Gianni, nimm Gianni, nimm Gianni. Komm schon. Geht ihr den, geht ihr den, geht ihr den. Ja, sehr geil. Sehr geil. Diese Jax, du bist eine kleine Nummer. Hier, Jimmy Jim. Bin wieder bei 0. Jetzt können wir Jimmy Jim. Ja, kommt einfach mal zu uns. Wir sind unten links. Unten links, wir sind gerade fette Balls. Wir können euch auch ein bisschen helfen. Ja, genau. Wir können euch ein bisschen spreaden. Genau. Spreaden, Alter. Oh yeah, ich hab Sex genommen. Und hier, Jimmy Jim. Oh, Jimmy Jim ist groß. Ja, du sollst endlich. Der ist groß, aber wenn ich dich hochfiele, kannst du den getten. Nee, 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 der ist ein bisschen sehr penetrant im Getten. Nee, der ist einfach. Der ist wirklich einfach. Alter, Peenemann ist ja übel. Wo gehst du hin? Peenemann ist eigentlich... Oh, nein, Peenemann, der geht richtig ab, Alter. Du bist gerade... Oh, wenn Peenemann... Peenemann... Oh, shit. Der wurde gerade von dem Grün komplett gefressen. Ja. Splitte dich in den Reinen. Splitte dich einfach in den Reinen. Ist egal. Splitte dich da rein. Ja, ich weiß, der fette Grün ist hinter uns. Der ist richtig fett. Warte mal, Niklas... Okay, Niklas ist da. Gut. Versuche jetzt nicht... Oh, oh, okay. Oh, nein. Weg, 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 weg. Oh, Bro Army, er hat mich gerade richtig gekillt. Oh, ist das Spiel ein hässlich geiles Ding, ey. Leute, also Niklas, DG, wir sind gerade so mittig irgendwo. Wir stoßen, denke ich mal, eh irgendwie so zufälligerweise irgendwie aufeinander. Nur, dass wir dann versucht, einfach zusammen zu bleiben. Ihr müsst euch nicht für uns irgendwie töten oder so. Genau, aber das ist einfach schon eine total geile Nummer, wenn man, äh, wenn man halt eben zusammen ist, dass man nicht so krass aufeinander... Komm schon, komm schon. Ja, 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 das wäre nice. Die Seaxe go time. Also, nee, ich hab eigentlich kein Problem. Ich komm hier easy weg, aber ich hab einen versucht. Nein! Oh shit, ich wurde gesplittet. Ähm, wo seid ihr? Damit war ihr mit... Sag mal von den, ähm, von den grünen weghellen. Niklas, DG, okay, okay. Ja, nee, aber irgendjemand muss von mir die kleinen, kleinen Teile fressen, weil die fliegen ja einfach nur unnötig rum. Ja, wo bist du denn? Wir sind unten. Und dead auf mir weg. Und das ist kacke, weil das einfach nur verschwenden. Wo, wo bist du, die Seaxe? Hier ist Peene, Mann. Ich, ich, also ich, ich lass meine... Da bist du. Ja, genau, die Seaxe, ja. Oh, okay. So geht hier die kleinen Teile. Ja, passt. Die kleinen. Achso, ich, ich... Okay, fielem ich dir einfach weg. Fielem ich dir mal bitte weg. Äh, wo seid ihr? Gut, so auf Fielem. Fielem ihr die mal bitte wieder weg. Ja, klar. Warte, kleinen Moment. Warte. Okay, danke, das reicht. Ja, kein Thema. Da oben ist der Rote. Wenn der sich jetzt splittet und der sich splittet, kann ich seh's nicht. Aber dann sind wir richtig am Arsch. Oh! Sorry. Du frisst gerade da ja unseren Teammate. Oh, 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 oh. Oh, 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 my God. Ja, ja, jetzt wird's gerade richtig eng. Es wird gerade massivst eng. Wir holen jetzt Magikrab. Wir holen den jetzt. Und zwar müssen wir jetzt... Ich muss... Ich umfliege den jetzt einmal und du musst dich mich dann ein bisschen feeden. Oder nein. Warte, ich... Der kommt jetzt hier eh in die Ecke wegen dem grünen Teil. Ich komm hier eh weg wegen dem. Oh! Das wird eine richtig engel Kiste. Alter, nein, er will... Er will nicht. Oh, ich wurde gesplittet. Okay, das ging aber. Das war okay. Nimm meine Teile. Niklas, nimm meine Teile. Scheiß drauf. Ich bin zu klein dafür. Ah, okay, kacke. Dann eat doch einfach 1, 2 Punkte für die kleinen Teile. Geht's eh. Wo seid ihr, gell? Wir sind alle relativ weit unten, fast am Rand. Und wir fliegen da rum. Die SEA-X-Gusor ist halt zufällig. Also es ist eigentlich... Fliegt einfach, versucht so ein bisschen unten euch so rechts. Boah, sehr geil. Sehr geil. Ich hab meine Teile wieder. Das war dumm. Ich hab mich unnötig gesplittet. Fuck. Boah. Alter, das ist... Da brauchst du richtig dicke Bälle, Alter. Leute, wir müssen uns treffen. Ich bin nämlich gleich richtig weg. Ich bin gleich komplett weg wahrscheinlich. Ich hab mich dumm gesplittet. Und jetzt bin ich hier richtig am Anusen. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, ich bin komplett weg. Ich bin komplett weg. Ich hab mich dumm gesplittet, unnötig gesplittet. Wo bist du? Ja, hab ich gesehen. Jetzt weiß ich nicht. Ich komm jetzt mal wieder so in die Richtung, so unten links. Unten links. Okay. Er macht mega, Gaudi. Er will noch einer... Ich würde gerne noch feeden. Das ist kein Thema. Also wenn einer noch ein bisschen dicker werden will... Okay. Wir warten. Ja, ich würde halt einfach sagen, das wäre... Ich weiß halt nicht, wo ihr seid, ne? Wo seid ihr? Ja, ich versuche die ganze Zeit zurück. Wir gehen jetzt in Richtung unten links. Unten links oder unten rechts? Also ich bin auf jeden Fall unten. Und bewege mich jetzt... Ja, ich auch. Alter, warum ist der so schnell? Der ist viel größer als ich und der ist viel schneller als ich. Wo bewegst du dich hin? Unten links eigentlich. Oh, jetzt gibt's hier... Unten links ist aber gerade richtig übelst. Action Party. Oh, ich seh dich, Guzo. Ich geh unten... Ja, genau. Ich seh dich gerade. Brauchst nicht, brauchst nicht feeden. Alles cool. Hier, ich feed dich mal. Okay, wo seid ihr? Unten links, glaube ich, oder so. Okay. Ja, diese Jag sehen wir. Den diese Jag sehen wir, okay. Oh, so geil. Ich bin gerade hochgefeedet. So, ich bin auch wieder da. Wollen wir ein bisschen auf Sniper 2 gehen. Wenn wir hier irgendwie so diesen 8 CH oder Christian mit einer fetten grünen Kugelsplitten, dann getten wir sogar. Yeah, ich hab mich geteilt und ihn richtig gegettet. Jetzt musst du halt wirklich nur vorsichtig sein, Digga. Wenn du jetzt gefeedet bist... Äh, wo seid ihr? Ich bin scheiße. Unten. Nein. Unten Mitte so ungefähr. Ja, unten Mitte. Wir sind unten Mitte. Also, ich find die eigentlich die ganze Zeit. Fliegt einfach nach unten. Nein, einfach. Oh Gott, würde gern mitspielen. Ja, ja, also ich... Oh Gott. Ich hab bloß... Ich bin halt bloß immer das Opfer. Kuso, beschütz mich mal bitte. Ja, klar, kein Thema. Kein Thema. Kommt unter mich runter. Dodge wird jetzt gekillt. Yeah, Dodge wird... Jetzt... Ey, ich muss jetzt unter dich drunter. Bleib so ein bisschen hier. Komm mal ein bisschen runter. Ja, du fliehst die ganze Zeit weg. Seid ihr das hier? Nein. Boah, das läuft so krass übel. Bleib mal kurz stehen, Kuso, bitte. Und bitte mich jetzt kurz nicht. Ich geh jetzt nachher unten. Und jetzt bin ich kurz in der... Außerhalb des der es ist. Achso, okay. Ähm, noch mehr Leute. Es kommen so scheiß viele, gell. Okay. Also so richtig Party-Alarm, ja? Es geht wieder richtig ab. Gehen. Es wird... Oh. Äh, drei Leute kommen noch dazu. Kuso war's Fan. Es kann natürlich sein, dass wir demnächst... Kuso war's, willst du? Dass wir demnächst... Danke. Nee, brauchst nicht so viel, danke. Kommt ein großer. Oh ja, ey, Disiax, Disiax, mach Stress, mach Stress. Mach, mach, mach. Darf du die neu? Oh. Was denn? Ja, ich... Nee, ist ja nun mal nicht anders, aber das wäre jetzt fatal gewesen. Ich hätte nicht... Okay, Leute. Moin. Hallo. Leute, wichtig ist jetzt, redet bitte nicht alle durcheinander. Ähm, kurze Sache für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. In meinem Namen seht ihr vielleicht Disiax auf dem TS. Ist die IP, die gebt ihr einfach oben in eurer Suchleuste ein. Suchleuste, genau. Alles klar. Alles klar. In eurer Suchleuste ein. Kommt dann auf den... Auf den... Auf den... Argario-Server, wo wir gerade sind. Und tut bitte hinter euren Namen, egal wie ihr euch in Argario nennt, ähm, DG oder GED, damit wir einfach für mich und Guzo das Verkennen, dass ihr das seid. Oh. Guzo, was? Ja, hier, warte, warte, Guzoas Fan, warte. Ich, ich fiede dich gleich. Warte. Nee, nee. Bleib bei mir in der Nähe, ich geb dir was. Aber redet bitte jetzt wirklich nicht zu viel durcheinander. Ey, da ist Mika. Ja, ich bin nicht. Nein. Danke. Nimm. Ja. Okay, 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 okay. Scheiße. Was war das? Oh, ich wurde gerade richtig. Warte, 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 nein. Soll ich dir auch... Nee, ne? Ich kann da... Dann bei uns ist... Ähm... Oh, schade, ich hab gerade richtig. TMK-Librick. There was a problem joining the party. Please make sure the code is correct or try adding another party. Ähm... Äh, Guzova. Dann müsst ihr wahrscheinlich einen Moment warten und nachher noch ein paar weiter. Oh, nee. Los. So weit schießt, Mika. Ähm... Das Problem ist wahrscheinlich... Ja, danke, 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 danke. Hast du es geschafft? Ja, ja, das sollte passen. Also, Shaila kriege ich zwar nicht, aber ich bin wenigstens nicht gekillt worden. So, jetzt kommt Mika, sehen wir. Oh, da ist Guzova. Ja, okay, wartet. Guzova? Ja. Kannst du eine neue Party mal machen? Das geht vielleicht. Kann ich vielleicht ihr aber nachdäumen? Nee, eine neue geht ja jetzt schlecht. Wir müssen halt dann... Wir müssen halt jetzt die Aufnahme dann... Wir müssen halt dann eine komplett neue Party machen für uns alle und das wäre halt jetzt ein bisschen problematisch. Das wäre jetzt richtig problematisch. Es soll ich dich finden, diese Jax? Leute, versucht... Versucht einfach gleich mal... Versucht einfach ab und zu mal beizutreten. Das liegt einfach daran, dass der Server gerade voll ist, aber in Agario leben die ganze Zeit, Leute. eigentlich und joinen wieder rein. Das heißt, versucht einfach ab und zu mal ins Server zu refreshen. Ich denke mal, wenn wir die erste Aufnahme rumhaben, können wir auch noch mal eine neue Party gehen. Ich muss wirklich sagen, ich werde die Aufnahmen einfach in 10 Minuten Videos schneiden und fertig. Okay, okay. Ich nehme die durchweg auf und mache dann immer eine kurze Ankündigung rein, weil sonst ist das zu aufwendig. Oh, Mika, 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 Mika. Ganz kurz mal, ich bin jetzt bei 480 und wäre nett, wenn ich irgendwo wüsste, wo ihr seid. Bei 480 läuft auf jeden Fall bei dir. Guzo? Ja. Unten rechts. Was ist jetzt eigentlich mit den Escapists? Brauchst du das noch? Ne, brauche ich nicht mehr. Hab ich schon, bin ich beim, hab ich bei mir gar nicht jetzt mehr am Start. Aber danke. Achso, okay, gut. Wir sind ganz unten rechts, alle Leute. Also ich und Mika sind zumindest ganz unten rechts. Unten rechts oder unten links? Unten rechts. Alle unten rechts. Ey, wisst ihr, ich nie, was ihr wollt, war? Ja, es ist halt schwer in Agario an einem Punkt zu bleiben, ohne alle gefressen zu werden. Richtig. Nehmen wir Patas? Patas können wir versuchen, der ist, der kommt uns aber weg, weil der ist gegen keine Ecke. Ja, genau. Nee, okay, okay. Das können wir vergessen. Okay, Big Boy hat sich gesplittet. Den kriegen wir, glaube ich. Das wäre fast das Ende jetzt. Oh, doch, Big Boy, komm. Du musst seinen oberen Teil. Nee, 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 hier, der andere, der Brick, der Lubrick, der ist zu krass. Oh, Mika ist auch schon ordentlich groß. Und Dodge. Jetzt müssten wir Dodge kicken. Dodge, ja, getten wir den mal. Oh, ich und ich auch schon. Oh, das ist alles ziemlich nice. Fuck. Ja, das ist halt tricky. Es ist richtig tricky. Oh, fuck, hier ist ich voll gerade. Ich bin tot. Wer hat dich... Nein, 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 bist du nicht? Was lange? Ich bin momentan draußen. Ich bin in einem ganz... Ich bin einfach... Ich habe mir random einfach eingeschnappt. Ähm... Ja, so sieht es alles momentan. Das gibt von 3 da. Mit deinem 2. Und... What the fuck ist da rein? So, what is this, Guzor? Okay, gut. Ja, what is... Ja, hier, hier, Valar, Valar. Den schnappst du dir. Ich feede dich, ja? Nee. Das wird nichts. Ich werde... Oh, Guzor, wo schießt du hin? Hä? Nee, das bringt nichts. Solange... Solange wir größer sind... Ähm... Mittig... Mittig unten. Ja. Mittig unten ist, glaube ich, am meisten, ja. Also, du müsstest uns eigentlich relativ weit sehen, weil... Ja, weil... Wir sind ja zu erkennen eigentlich. Ja, also, wenn du Mika, DG siehst oder halt mich oder... Rick One ist momentan bei uns in der Nähe. Rick One of your balls. Aber den könnten wir eaten, wenn wir uns alle zusammen eaten. Ey, Mail. Mail. Mailer. Ey, feede mich mal schnell. Ja, 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 ja. Was? Oh, was ist das? Feede mich, feede mich, feede mich. Warte, ich kann doch nicht. Warte, 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 kurz. Was? Der wird auch gefeedet. What the fuck? Ja, ja, aber von Mika. Ich sound real. Nein, 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 der wird auch gefeedet von Poppy O.P. Guzo, feede mich gleich. Feede mich jetzt gleich. Nein, 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 nicht jetzt feeden. Nicht feeden, nicht feeden, Guzo. Nicht feeden? Jetzt feede mich, jetzt feede mich, Guzo. Nein, falsche Richtung, Guzo. Egal, egal, egal. Passt, alles cool. Nein, 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 ist doch cool. Ich... Spready ist gleich wieder rüber. Nein, alles gut, Mann. Alles chillig. Ey, wir sind so scheiße im... Wir sind so scheiße im Spread. In der Top Ten, ne? Äh, oben ist einer, äh, I'm Reigns. Also die war... Oh, Alex! Lieb! Lieb, du willst... Ja! Ich komm... Ich komm jetzt runter wieder. Äh, zwei richtig fette, der Platz 1 und 3, die teamen. Oh nein. Ja, wenn wir da oben sind, dann kommen wir eh nicht mehr weg, wenn wir teamen würden. Oh, Mika, warte mal. Ich feede dich gleich mal ein bisschen, Mika. Ach. Ah, das macht, also, äh, wirklich, also, in, in der Gruppe ist das schon um einiges geiler. Ja. Natürlich. Wenn man da braun nicht leuen könnte. Tut, wie gesagt, hinter euren Namen DG oder GB, das, äh, GB, ja, alles klar. Ja, das machen wir. Äh, ja, 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 ja. Nimmt eigentlich nur. Wieso war auch, oder auch, äh, die 6? Ne, ich nehm noch nicht auf. Ich bin, ich nehm vielleicht gleich auch auf, äh, für meinen neuen Kanal dann. Neuen Kanal? Also, für meinen Zweitkanal. Haben noch einen Zweitkanal gemacht, halt, für so Sachen wie Agari. Boah, jetzt fängt's grad übelst an zu lenken bei mir. Ah, da ist Niklas. Ah, cool. Niklas, komm mal kurz her. Musst du sagen, es wird niemand durch. Oh, ja, ich seh Diziax, ich seh Diziax. Oh, vielen Dank. Oh, du bist ja ein geiler Spreader. Komm, Morgan, den knallen wir. Pssst, ich will dich nicht schon wieder üben. Oh, oh, Gonzo, 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 Gonzo. Gonzo wär nice. Gonzo wär auf jeden Fall richtig nice. Welch bei euch auf 1, nicht, dass ich unbedingt falsch bin. TNK Librig. Ich bin grad in eine neu gestartete Server gekommen, alles klar. Okay, lol. Oh, Diziax, äh, kriegst du Alex knackt, wenn ich dich füttere? M-m-m-m-m, guck mal, wie fett er ist. Gonzo, 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 Gonzo. Russia, oh. Oh, krass, Hübel. Der obere CIA, Niklas, DG. Komm, 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 komm. Ja, ich komm doch schon. Ja, ich komm doch schon. Das hier, warte, 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 ja, warte. Jetzt bin ich halt nur so fett, du hättest mich ein bisschen später finden sollen, aber egal, passt schon. Ups. Komm kurz mit. Wir müssen halt immer gucken, weil jetzt bin ich halt natürlich auch so langsam wie der Fette von dem. Ich spreade dir gleich wieder ein bisschen rüber, okay? Ja, der fette Gelbe, der so fett. Ich krieg den CIA nicht, ich hab bloß Schiss. Warte, warte. Niklas ist da, aber das mit dem Namen ist mega geil, mit dem Namen ist so geil. Oh, ich seh euch. Mika, da ist Mika wieder, okay, cool. Wir sind hier wieder zu viert am Start jetzt. Leute, wie gesagt, hinter meinem Namen ist die IP. Einfach in euren Browser. Was sagst du zu CIA, Disiacs? Würde ich versuchen, aber ich komm halt momentan nicht an seinen oberen Teil ran, und sobald er sich wieder verbinden kann, sind wir am Arsch. Okay, jetzt, 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 wartet. Er ist größer als ich. Ja, nee, du hast daneben gefeedet, egal. Wer ist bei euch erster? Nee, 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 er verbindet sich gerade wieder mit. Christian. Ich bin richtig gefickt gerade. Scheiße. oh ja gut nice nice me can you nice me kawater wenn ihr gerade so nix das kommt kommt nicht oder ich fiete euch beide gleich mal ein bisschen damit hier schnell weg kommt warte 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 da sorry so alleine das mit dem film ist total geil okay jetzt nicht okay leute wie wärs wenn wir irgendwann demnächst wenn wir halt wirklich irgendwie nichts mehr jetzt großartig erreicht eine aufnahmepause machen also cut machen neue aufnahmen starten und alle auf einen neuen server gehen nicht schnell gleich mache ja ja klar logisch ja weil sonst haben wir halt die ganze zeit jetzt die die leute drin die einfach nur blöd warten und ist ja dann auch irgendwie um fest wir sind alle weg okay dann macht eine neue party leute okay gut dann machen wir jetzt auch erst mal für mich ein aufnahmestopp ich habe eine link link zur party ist hinter meinen namen leute bis gleich bis dann